Anja Schüte, Raimund Harmsdorf, Dagmar Lassander, Anushka Renzi in Das Wunder. Geh zurück zu deiner blinden Tochter und zu deinem keifenden Weib. Wo kommst du jetzt her? Wer hat dir das gesagt? Wer? Wer hat dir das gesagt? Wenn stimmen würde, was du sagst, dann müssten Millionen Kinder blind geboren werden. Werden sie auch! So oder so! Sie können nur hoffen. Auf das berühmte Wunder? Ich glaube an Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde. Dieser Bauern-Trampel hat ihr das eingeredet. Das ist Götzentum. Und das ist kein Götzentum! Und die soll verschwinden! Ich will sie hier nicht mehr sehen! Nein! Meine Frau will, dass sie gehen. Ich möchte nicht mehr, dass du mich abholst. Warum? Ich will zu Maria. Sie hat uns schon verlassen. Nein! Du bist das widerlichste Weib, das wir je in diesem Haus hatten. Wenn du nicht essen willst, dann verhungert doch. Mir soll's recht sein. Die Erde bebt. Oh Gott. Komm, stell dir raus. Wir haben eine Chance. Alle.